Natur, Naturschutz, Leben. Naturschutz, Erhalt der Biodiversität, Ökosystemvielfalt und genetische Vielfalt, Maßnahmen zum natürlichen Artenschutz, Management der Ökosysteme, Wiederherstellung gestörter ökologischer Zusammenhänge und Interaktionen, geologisch wie biologisch langfristige Stärkung der Lebensgemeinschaften anstreben. Im deutschen Bundesnaturschutzgesetz sind drei Zielsetzungen unter § 1 Unterschiede. Erhalt der Biodiversität, Nutzbarkeit der Natur durch den Menschen, Erhalt des Naturhaushaltes, Schutz der Landschaften und Gliederungen, Biotope, Ökosysteme. Blitzreisen über die ganze Welt, über, auf und durch Naturareale, Ökosysteme und Biotope. Blitzreisen über die ganze Welt, über die ganzen Welt, über die ganze Welt, auf und durch die ganze Welt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.